Käfig Käfig, was hat das? Und jetzt? Was will sie uns sagen? Käfig Jaula, Gabbia, Cage Cage? Käfig auf Englisch Sie sagten, sie wüssten, was gut für uns ist Bucke? Sie sagten, sie wüssten, was kommt Bucke! Hast du das vorher gesehen, alter Lange? Wir müssen uns bereiten Hast du das kommen sehen, Puppet? Du setzt deine Tochter nicht auf den Tor Der Vogel Er schickt sie ins Grab Wir müssen ihn ansingen Wir müssen ihn ansingen Wir müssen ihn ansingen Er müsse mit Hörbuch Geh 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 Bucke Bucke Der hat Raketen Der hat Raketen Bucke Bucke Kampfschefe Achtung Wir müssen uns Wir müssen uns Kampfschefe Bucke 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 Der Transportabrücker! Da drinnen! Komm noch mehr! Und was haben wir? Nur die Wahrheit, Brüder und Schwestern! Nur die Wahrheit! Und wir haben... Pucka, Songbird ist bereit! Heute geben wir den letzten Amt! Sorry! Hier, Munition! Er ist bereit, Bucke! Die Straßen sind mit Gold gepflastert! Doch sie sind mit Blut, Schmeiß und Tränen gepflastert! Und zwar mit Huntern! Aber heute werden unsere Tränen zu Gold! Und deine werden zu Blut! Zeppelin! Und wir gehen! Auf das Kanzling! Aufsteh! Mittag, aufsteh! Aufsteh! Seher! Seher! Geh' das hier alles! Los geht's! Die Beine! Der POLICI! Der POLICI! Ja! Die Zeppelin, los! Die Zeppelin, los! Was sagen wir den Gründern? Was sagen wir den Propheten? Was sagen wir ihrem kleinen Ländchen? Das gefällt mir überhaupt nicht. So! Motorisierter Patriot! Los, auf den Zeppelin! Die Zeppelin, los! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020